moin moin hier ist wieder euer robin für euch ja was soll ich sagen ein neuer boss ist da ich habe ihn selber noch nicht angespielt also was wir sehen ist quali jetzt schauen wir mal einfach mal rein ich habe keine ahnung von wo der boss kommt ok spannend ok gut also also ok 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 so jetzt haben wir nämlich gleich das problem ok 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 ja ok 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 Ok, gut Okay. Ich frage mal eben, ob der Boss aus der Mitte kommt. Bei dem Kollegen, wo ich mit letztens gespielt habe, dann würde ich nämlich verstärkt jetzt auf die Mitte gehen. Hmm, der ist gar nicht mal so einfach hier. Okay. 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 Das wäre nämlich jetzt die Frage. Okay. 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 Oh, right. Oh, come on. Okay. Okay. Ich weiß noch nicht, wo der Boss herkommt. So, das war's. Come on. Okay. 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 Übrigens, wenn ihr wissen wollt, ich geh mal einmal für euch raus, um zu zeigen, wo die Map ist. Das müsste nämlich eine Experten-Map sein. Hier, verfluchte Pfützen. Ja. Ähm. Probier's nochmal. Bye. Ja, nein, 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 sogar noch. Okay, ja, jetzt haben wir nämlich schon das Problem. Okay, ja, jetzt haben wir schon das Problem. Okay, ja, jetzt haben wir schon das Problem. Okay, da gehen die Nächsten durch. Okay. 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 Taktik. Jetzt setzen wir mal komplett auf Schiff. Taktik. Jetzt setzen wir mal. Okay. Jetzt setzen wir mal. Jetzt setzen wir mal. Jetzt setzen wir mal. Jetzt setzen wir mal. Okay. 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 Good. Okay. 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 1 2 2 3 4 4 5 5 6 10 10 11 11 12 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 16 18 18 19 19 Okay, gut, lassen wir jetzt erstmal so stehen. Jetzt könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wie ich es besser mache, weil die Map ist schon echt eklig. Ciao mit Frau Robin, tschüss. Ciao.